Joho! Was geht ab, Leute? Willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Zufall in dem Projekt, wo Dinge zufällig passieren. Ha, ja, ergibt Sinn. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht gut. Heute sind wir zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Zufall. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, muss sich unbedingt nochmal angucken. Das ist irgendwie so ein kleines Nebenprojekt, was ich hier ein bisschen am machen bin, Leute. Also wundert euch nicht, wenn es jetzt hier mal ein bisschen öfters kommt und sowas, weil ich keine anderen Videoideen habe und viele Leute von euch das Projekt hier mögen. Und, äh, ja, das war's. Tschüss. Äh, ja, Leute, ähm, ich hatte in der letzten Folge es geschafft, hier eine Pickaxe und eine normale Axt zu machen. Für die Leute, die nicht wissen, was Minecraft Zufall ist, ich hab hier verschiedene Blöcke und wenn ich diese Blöcke abbaue, ähm, kommen verschiedene Random Blöcke raus und dann muss ich halt gucken, irgendwie zu überleben und das ist ziemlich interessant. Und das hier hab ich nämlich in der letzten Folge nicht abgebaut, das haben mir ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben. Ähm, da haben wir Glowstone, das, der sieht jetzt ganz anders aus, ne? Was passiert, wenn ich dann den normalen Klostein abbaue? Kommt da irgendwas Interessantes bei raus? Ah, ja. Ein Birken-Sapling. Aha. Interessante Sache. Hier kam nix dabei raus. Wir müssen halt alle Blöcke richtig genauer analysieren, Leute. Da... Was? 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 Yo! Hä? What? Ich... Ich hab grad einfach Dias gekriegt. War das der hier? Juhu! Mama mia! Alter, wie nice! Hä? Ich bin... Leute, bitte. Ihr habt gerade gesehen, ich hab das Achievement bekommen. Das heißt, ich hab vorher nicht geguckt, ob man aus diesen Blöcken hier, äh, Dings bekommt. Dias, ich hab einfach die letzte ganze Folge hier in diesem Dorf verbracht und hab jeden, jeden möglichen Schrott abgebaut. Also, wenn man in einem Wüsten-Village ist, kann man sich theoretischerweise echt alles craften, ne? Das ist sau nice. Wüsten-Village, muah! Kuss geht raus. Aber... Hä? Das ist ja übelst fett. Das ist ja übelst fett. Direkt schon zu Anfang die Dias gesnaggelt. Cool. Cool. Was soll ich sagen? Ist nice. Ist richtig nice. So. Ähm. Das ist schon mal richtig cool. Äh, ich muss mal kurz hier meinen Auto-Jump... Äh, ich muss mal kurz meinen Auto-Jump ausmachen, Leute. Das nervt nämlich übertrieben irgendwie. Ähm, dann würde ich sagen, wir werden jetzt hier das komplette Villager-Dorf auseinandernehmen und gucken mal dann, ob wir irgendwie wieder ein bisschen irgendwo was anderes aufbauen können oder sowas. Weil wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass ich in diese Richtung dort hinten mein, äh, Dings, sag schnell, mein Lager aufgebaut habe. Was aber natürlich irgendwie das absolute Noob-Lager war. Und da würde ich halt mal gucken, dass wir dieses Mal, ähm, was Cooleres machen. Wo ich mir jetzt die Frage stelle, wenn wir schon dabei sind, ähm, was ist denn eigentlich jetzt, wenn ich Diamond Ore abbaue? Also kein Diamond Ore, sondern einfach Diamond Ore. Was passiert, wenn ich Diamond Ore abbaue? Oh, kleines Kätzchen, warte, ich hole die hier raus. So. Kannst jetzt hier rausflitzen. Ähm. Weil wenn wir jetzt aus Sandstone schon Dias bekommen hier, beziehungsweise aus diesem Stein hier, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist Sandstone. Ja, das war Sandstone. Ähm. Wenn man da draus jetzt schon Dias kriegt, was kriegt man dann dann, wenn man Dias abbaut? Ist ein bisschen merkwürzig, aber... Oh, lol, da ist ein Pufferfisch. Cool. Coole Sache. Ähm. Ja, das wäre mal ein Thema, was mich interessieren würde hier jetzt in Minecraft Zufall. Also ich habe es eben zu Anfang gesagt, das ist wirklich ein extrem, extrem merkwürdiges Projekt hier. Also keine Ahnung, was wir jetzt hier noch großartig machen können sollen, aber ich denke mal, es gibt bestimmt noch was. Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, falls ihr irgendwie eine interessante Idee habt, was ich hier nochmal, ähm, zusätzlich machen kann. Weil ich meine, Diamanten haben wir ja jetzt gefunden. Ha! Äh, ist ein bisschen, ein bisschen sehr komisch, weil ich habe noch nie aus Sandstone irgendwie Diamanten bekommen. Und hier sind halt sehr, sehr viele, aber ich glaube, wir sind jetzt gut dabei, wenn wir hier einen Stack haben. Ich überlege gerade, soll ich mir eine Rüstung damit bauen? Und dann können wir theoretischerweise sogar weitermachen, indem wir uns richtig ausrüsten und sowas. Wie wäre es, Leute, wenn wir versuchen, den Enderdragon zu besiegen? Hä? Ich glaube, das ist doch ein Ziel, was man hier in Zufall machen kann. So. Dass man irgendwie sagt, yo, wir machen jetzt den Enderdragon oder sowas und probieren den einfach mal und rüsten uns jetzt so gut es geht aus mit den absoluten random Bob-Items, die es überhaupt noch auf diesem Planeten gibt. So. Ähm. Na, lass doch mal gucken. Äh. Wir haben jetzt hier schon einiges abgebaut. Wir haben jetzt hier eine Workbench, eine zweite. Haben hier viel, boah, eigentlich nur richtigen Müll, ne? Also, es ist echt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, das bringt uns auf jeden Fall viel, viel weiter. Chiseled Stonebricks, was bringen die denn? Haben die uns hier irgendwie etwas Schönes beschert? Ne, einfach nur Holztreppen. Was passiert, wenn ich die abbaue? Wir können mal gucken. Also, wir haben ja jetzt genug Diamanten, um viel zu... Das ist einfach nur How-To-Inventar voll machen in 1.14. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Und wenn wir hier die ganzen Diamonds mal mitnehmen. Wir haben jetzt 64 Stück Schäuber mitgenommen. Also, wir haben das komplette Dorf schon. Alter. Ey, ich packe es einfach immer noch nicht, dass da einfach Dias rauskommt. Das ist so cool. Das hat uns echt gut weitergeholfen jetzt. Aber es ist echt eine ganz schöne Menge hier zum Abbauen. Ähm. Gut, ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal einen Stack voll machen. Alter, was passiert? Okay, 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 okay. Ich habe gerade nämlich einen übelsten Gedankenblitz gehabt. Wir haben ja eine Iron Pickaxe. Dann haben wir 64 Dias und haben hier auch noch eine ganz schöne Menge Dias zum Abbauen. Also, hier haben wir nochmal welche. Dann haben wir da nochmal welche drauf und da unten nochmal. Dass wir theoretischerweise einfach mal einen Diablock machen, oder? Und dann nehmen wir diesen Diablock und bauen ihn ab. Bitte. Okay. Bitte kommt da was Cooles bei raus. Weil wenn da jetzt wieder so ein Schrott dabei rauskommt, dann bitte oder gar nichts. Das kann natürlich auch passieren, Leute. Das haben wir auch schon gehabt, dass wir irgendwelche normal seltenen Blöcke... Oh, wir können mal einen Emerald Block holen, wenn wir eine Kuh killen. Kriegen wir... Ich meine natürlich, wenn wir eine Kuh totkitzeln mit unserem Schwert, kriegen wir ein... Boah, Alter. Iron Golem. Vielleicht gibt ihr auch irgendwas Nices. Genau, wenn wir eine Kuh kitzeln, da kriegen wir sogar einen Emerald Block. Genau, das wollte ich sagen. Einen Emerald Block. Und dass wir den dann einfach irgendwie auch mal abbauen und mal gucken, was dabei rauskommt. Da liegen einfach Dias auf dem Boden. Holy Capoli. Limm mal den Dias hier mit. Oh, Alter, hier sind noch mehr. Cool. Äh, genau. Da oben drauf auch noch. Man, lass, komm. Jetzt reiß dich mal hier ein bisschen am Riemen. Was cool ist, ich kann theoretischerweise einfach Dias abbauen mit einer Steinpickachs. Das ist cool. Das geht normalerweise ja nicht. So. Äh, jetzt haben wir richtig viel. Wir wollten noch den hier abbauen. Das habe ich in der letzten Folge gesagt, dass ich das diese Folge mache. Dann haben wir einen guten Iron Block. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt abzubauen. Dann, was noch, was noch, was noch? Genau, den Emerald Block. Sehe ich hier irgendwo eine Kuh, Nenne? Oder seht ihr irgendwo eine Kuh? Äh, hm. Warte mal, ich suche mal kurz eine Kuh. Okay, wir haben jetzt Kühe. Äh, blablabla. Ich glaube, ich nehme einfach mal die Steinpickachs. Sorry, sorry, sorry. Haben wir jetzt hier den Emerald Block raus. Und können dann eigentlich mal gucken, alle drei Sachen nebeneinander platzieren. In der Hoffnung. Oh nein. Das habe ich total vergessen, dass man hier Banner bekommt. Und... Okay. So, erstmal den Redstone Block. Das ist, glaube ich, am uninteressantesten. Was kommt dabei raus? Ja. Toll. So, ein Prismarinen Block. Was kommt nach dem Prismarinen? Okay. Das ist Holz. Dann bauen wir das Holz ab, mein Freund. So. Und da kommt dann Dirt raus. Und aus Dirt kommt nichts. Und plopp. Oh, doch, eine Kiste. Ach, das war dieser Clean Dirt. Keine Ahnung, wie der heißt. So. Dann den hier. Oh nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Wir nehmen zuerst den Emerald Block. So. Dias wollen wir gleich mal gucken. Da kommt auch wieder eine Art Holz raus. Aus dem Holz kommt dann... Komm. Komm. Gib Papa das Holz. Hä? Gunpowder. Gunpowder? Aus einem... Obwohl. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne? So. Und jetzt den hier. Ernsthaft? Ernsthaft? So ein blöder Dings? Oh, nö. Um ehrlich zu sein, fand ich das jetzt gar nicht mal so spektakulär, was aus einem Diamond rauskam. Ey, da kommt mir gerade eine Idee. Ey, was ist eigentlich, wenn wir einen Willager boxen? Was passiert denn da? Das ist jetzt gerade das Thema, was mich volle Kanne interessiert. Und danach gucken wir mal. Vielleicht machen wir das sogar in der nächsten Folge, Leute. Weil ich bin heute schon wieder zu spät. Wer hätte es gedacht? Komm mal her, Willager. Ich will mal wissen, was passiert, wenn du das Zeitliche segnest. Ach, guck mal. Da kommt ein Brown Wool Block raus. Also, Brown Wool kommt da raus. Also, als hätte er sich in die Hose gekackt. Und da ist er es einmal in die Hose gepinkelt. So. Ähm. Was hatten wir hier nochmal raus? Oh. Da kommt dann Rabbit raus. Coole Sache. Ich habe mir auch gerade die Frage gestellt, was passiert, wenn ich eine Kiste abbaue. Kommt dann daraus wieder eine Kiste? Weil ansonsten sind wir richtig am Arsch. Wartet mal. Oh. Ah. Okay. Dann muss ich die Kiste jetzt wohl da stehen lassen. Weil sonst ist es halt mega kacke. Weil dann alles verschwindet. So. Ähm. Ja. Ich denke mal, wir sind hier heute erstmal fertig. Oder? Sind wir heute fertig? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Warte mal. Ich baue mal hier noch die Glocke ab. Und dann wissen wir auf jeden Fall, was dabei rauskommt. Natürlich nichts. Gar nichts. Toll. Prima. Tolle Sache. Hier haben wir auch nichts drin. Und ich würde sagen, Leute, falls euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf den zweiten Part, dritten Part, vierten Part mittlerweile sogar. Falls ihr Bock auf den vierten Part habt hier von dem ganzen Staff, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch ein bisschen was hier machen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein neues Villageerdorf. Aber es war nice. Wir haben dieses Mal auf jeden Fall Diamanten gefunden. Wir werden demnächst mal gucken, was wir aus dem Diamant-Oar bekommen und aus den ganzen Oars unter der Erde und sowas. Wie zum Beispiel Redstone-Oar und so weiter und so fort. Wenn wir alles noch herausfinden. Leute, falls ihr Bock auf mehr habt und falls ihr wollt, dass wir hier weitermachen und weitermachen und dann hier vielleicht mal den Enderdrachen besiegen oder sowas. Würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis zum nächsten Mal in einem weiteren Video. Und dann rein, Leute. Tschüss.